Jo Leute, was geht? Jane hier. Wir haben uns gedacht, dass wir die Auftritte heute ins Herbst und morgen in Steller ein bisschen vlogmäßig nebenbei begleiten werden und dass ich ein paar Videoaufnahmen nebenbei mache. Ich bin hier ein bisschen am packen und die Jungs holen uns in ungefähr eineinhalb Stunden hier ab, also Gina und mich. Mal schauen, was so passieren wird. So, der Haufen ist abholbereit. Moinsen! So, Material ist eingepackt. Jetzt geht's los. Kannst du noch hoch machen? Nö, doch ist alles gut. Für mich ist es auch okay. Los, wir sind für euch zu groß. Wir wollen nur euer Bestes, denn wir sind skrupellos. Der Widerstand ist zwecklos. Keiner kommt an uns vorbei. Wir stemmen uns dagegen wie die gesamte Polizei. Ich muss schon, dass wir hier etwas machen können. Ich weiß, es kann gut sein, dass du morgen und den Soundcheck... Die Soundcheck muss ja eigentlich mit bei sein, weil dann wird ja einmal eine komplette Band kommen. Bei einer Exekution, Geschichte wird geschrieben, bis die Ordnung wieder stimmt. Damit auch jeder weiß, dass wir skrupellos sind. Also, wir sind jetzt nicht mal auf halbem Weg und der Bus beginnt, die Öllampe leuchten zu lassen. Wir hoffen, dass wir noch ankommen. Wir sind immer angekommen bis jetzt. Bleiben können wir das System an. Blinkt das Warnsimmel rot und der Töter bei drei Warntöne. Ja. Reden Sie den Motor ab und überputzen Sie den Motorhöhestand. Ach so, also stand. Und dass Sie gegebenenfalls Motorhöhnen haben. Das heißt, Halsöldruck. Zusätzlich kann eine Meldung im Display angezeigt werden, die Sie informiert oder zur notwendigen Handlung auch fordern. Aber so wieder das Pferd, das könnte bei uns so Musik wieder nehmen, ne? Wir gehen gegen alle. Fast schon kurios. Damit auch jeder weiß, wir sind skrupellos. Widerstand ist zwecklos. Wir sind für uns groß. Skrupellower Motorservice. Pass bloß auf. Nicht so viel reinmachen. Ja, wenn wir irgendwo reingehen. Moin. Moin. Oh, was kommt jetzt raus? Ah, jetzt wird Professor Deggün-Kunst. Ah, geht. Zu viel, gut. Füllstandsprüfung. Hallo. 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 Was? Fragerecht. Das war schon. Hast du das aufgefüllt? Ja, ja. Er hat einfach alles reingefüllt, was er hatte. Erstmal. Mit Fachmanager-Unterstützung wird Professor Deggün gelöst. Ja. Wunderbar. Nach kurzem Rast geht es jetzt weiter. Wunderbar. Und? Wieder eingeschlappt oder was? Ja, ich glaube der ist schon wieder so scheiße jetzt. Moment. Jo. Perfekt. Ach, Professor Deggün gelöst. Wir sind wieder auf der Fahrt nach Zerbst. Wie lange noch? 18.41 Uhr kommen wir an. 18.41 Uhr. Und jetzt ist es 16.30 Uhr. Also ungefähr zwei Stunden noch. Jetzt geht's über. Warte. Jo. Das war die Hauser. Das sind beide. Ich glaube wir mal die Hauser. Doch, da trinkt es. Ja, so. Ich glaube wir mal. Ja, das war wirklich sehr gut. Könnt ihr das sehen? Ich glaube, da fehlt was beim Bedratt. So, wir sind schon hinter Magdeburg, noch 40 Minuten Fahrt ungefähr. Und ich muss auf Toilette. 40 Minuten Fahrt und 40 Minuten zu spät. Ja, links zur Burg. Sieht man jetzt zwar nicht auf dem Handy. Der Ort heißt, glaube ich, Burg. Da steht noch eins Burg, eine Burg. Eins Burg, ja. Und eins Helm stellen. Ja. Lecker. Was hast du? Butterabtick. Was ist das? Guckelig aus. Lecker. Guck mal, das Gute ist hier ins Verkehr. Es heißt, wir werden aufgegabelt. Ah, da hinten sind wir besser. Die Straßen alle 1945 hier. Aber es wird besser. So, wir sind jetzt auf dem Endspurt. Was ist das? Auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden. Wir sind da. Geht, Wolfgang. Haben Sie den Hüpfbrock auch wieder mit? Die haben bestimmt den Hüpfbrock. Wie ist das? Ah, wir haben die Bühne gefunden. Ich hab's gefunden. Carsten hat sie gefunden. Nee, 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 nee. Ich dachte, ich hab in der Schraub gemacht. Nee. Filmen Sie hier? Was ist das? Achso, wir haben sie nicht rausgelassen. Wir haben sie nicht rausgelassen. Wir haben beide abgehauen. So, wir sind da, Alter. Was geht ab? Machen wir mal ein bisschen Stimmung hier. Yeah. Was geht ab? Ja, Mann. Ja, Mann. Stell auf Klo. Stell auf Klo. Das war dringend. Wir haben Bock. Perfekt. 3, 4, 5 Bändchen? Ja. Wir sind alle. Mega. Mega. Mega Bühne, ey. Richtig. Richtig. So, jetzt gibt's einmal Bändchen. Richtig. Ravine ist bezahlt. Klochen bezahlt. Wir sind im Moment 384. Schön schief. 1A. Mega. So soll es sein. VIP. Geil. Ich hoffe das. Für die eigene Heimat. Kein Herz verkorkstes Ende. So soll es jetzt enden. So. Jetzt gehen wir rüber an den Schlagzeugaufbau. Das Auto ist quasi fast ausgeräumt. Einige sagen noch fehlen ja noch. Aber mir wurde gesagt, dass man das mal aufbauen kann, weil die Ecks vor uns, sie werden kein Schlagzeug mehr dazu. Ja. Dann bis gleich. Sind wir dem Untergang? Über ihn fang schon mal an. Ich hab grad keine Zeit. Ok? Einiger. Entfernung. Ich bin ... ... Wir sind dieolasin. Wir sind die Skolpen. Wir sind in der Beine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich befinde mich jetzt hier am nächsten Tag im Auto. Wir fahren jetzt gleich nach Stelle los, da ist der Soundcheck zu 15 Uhr. Ja, bin ein bisschen spät dran, deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da sind. So, fertig abgestempelt, haben gerade ausgepackt und so sieht es bis jetzt hier aus. Soundcheck hat noch nicht angefangen, da ist noch alles im Aufbau gerade, da oben der Flattermann ist cool. Backstage VIP, ne Carsten? Ich weihe meine Seele der selbenen Götter, mein Herz, ich weihe meine Seele der selbenen Götter, das ist es schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020